Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, jung ambitionierten Menschen eine Bühne zu geben, auf der sie ihre Arbeit, ihre Eskalation vorteilen können. Wir nutzen diesen Abend, dafür ist er da, um euren Sexarbeiter und neue Kontakte zu finden, um die Kontakte danach natürlich auch zu kriegen. Wir sind hier, um die Kontakte zu finden, um die Kontakte zu finden. Die Kontakte wird bei uns im Raum, um sie die Kontakte zu finden. Die Kontakte wird uns im Raum. Untertitelung des ZDF, 2020